guten morgen und willkommen zu einem neuen vlog von mir ich habe so gar nicht dran gedacht ich so schnellquart so mein video also habe es schon geschnitten und müsste noch ein bisschen was ändern und dann ich denke so nach aber ich muss doch morgen noch ein video hochladen sieben tage challenge und so ich bin gar nicht vorbereitet ich wollte eigentlich nie mehr mit brille filmen und jetzt muss ich doch mit brille film ich bin nicht vorbereitet auf diesen vlog genau weil ich habe gesagt sieben tage challenge und ich habe heute ein video hochgeladen das ist der erste tag so gesagt von den sieben tagen und ich muss morgen auch ein video hochladen ich muss es ja heute drehen weil wer will ich morgen drehen dann könnte ich das gar nicht hochladen also theoretisch schon aber dann ist der ganze tag irgendwie drauf das kann man nicht posten ich bin gerade nicht vorbereitet gar nicht ich mache heute eigentlich gar nichts was ich mache ist im wätscheln essen und im wätscheln ich habe keine couch deswegen ist ja jetzt nicht laut oder so danke dafür jedenfalls ich weiß ich weiß gar nicht was ich heute mache ich mache nichts also egal wie egal wie wie langweilig dieser tag ist ich filme das jetzt trotzdem wenn ich sogar gar nicht vorbereitet bin auf diesen tag heute ist sonntag ich hoffe die qualität ist gut ich habe nur nicht bei die haare gekämmt heute ist so für mich sonntag sonntag halte ich filme schon zwei minuten okay ich melde mich später noch mal falls irgendwas passiert alles klar also ich weiß jetzt die wäsche ich tue ich muss wäschchen waschen habe ich auch total vergessen ich bin in so einer waschküche die ganz im haus ist bin in so einer wochen hat genau ob ich mir persönlich kümmer eigentlich gehen weil ich mache ich oder irgendwo anders hinten weil ich nicht tue sie dahin, weil da ist das Fenster. Alter. Ich muss das hier rein tun und ich muss das erstmal anstellen. Ich bin so dehnlich. Ich bin heute irgendwo nicht drauf vorbereitet. Okay, ich warte immer bis das Teil sich irgendwie dreht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber das kann man dann falsch machen. Oh, da kommt jemand. Naja, egal. Ich gehe jetzt noch zum Briefkasten und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder bald. Kommt drauf an. Ich habe bis jetzt die Wäsche gewaschen, habe was gegessen. Auch Chips. Und mehr habe ich jetzt nicht gemacht heute. Also irgendwie ist der Tag echt Sonntag halt, ne? Genau. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich sehe auch noch einmal kacke aus, aber ich habe mir meine Haare gekämmt und ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit nach da gucke. Okay. Aber jedenfalls, die Wäsche ist jetzt aufgehängt, sagt man das so? Ja. Naja. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ne? Ähm. Ja, genau. Und... Keine Ahnung, ich gehe heute nicht weg, also das steht schon mal fest. Ich... Ich... Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt einen Twitter-Account erstellt. Das habe ich noch gemacht. Mhm. Leider. Also, was heißt leider? Also, ich komme damit erstmal noch nicht klar. Das ist so kompliziert alles. Ähm. Genau, das habe ich noch gemacht. Ja. Aber... Bin ich jetzt erst seit heute. Genau. Muss ich erstmal kapieren, wie das so geht. Ähm. Und sonst habe ich jetzt wirklich gar nichts gemacht. Das Bett quietscht dermaßen. Ähm. Ein Instagram-Bild hochgeladen noch. Also, halt jeden Tag, ne? Eigentlich, ähm... Und ein YouTube-Video gedreht. Ha. Ha. Spontan. Weil ich das nicht gecheckt habe, dass ich das... Halt morgen auch noch hochladen muss, ne? Live bei mir. Das habe ich gar nicht... Also, das war echt so... Shit. Ich muss ja ein Video drehen. Ha. Ich hätte jetzt gedacht, oh, ich drehe morgen ein Video. Lads Dienstag hoch. Und schon die Challenge... Nicht bestanden. Aber jetzt verstehe ich sie. Also, bis jetzt zweiter Tag. Also, weil das... Was ich hochgeladen habe, das war ja der erste Tag. Und jetzt kommt der zweite Tag. Halt morgen. Aber es ist halt wirklich... Nicht sehr viel aufregend heute gewesen. Morgen wird es, denke ich, mal aufregender, weil ich... Zu Arbeit gehen muss. Halt. Aber das geht bis halb fünf. Deswegen, da kann ich ja nicht vloggen. Das geht nicht. Dann erst dann mal halb fünf. Aber egal. Das sage ich morgen. Ja, genau. Aber ich merke mich dann später nochmal. Schon wieder sage ich das. Wie so auch immer. Ja. Ich habe mich heute wirklich nicht mehr vom Verlecker bewegt. Und deswegen... Also, ich habe noch gegessen. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich habe mir nur eine Jacke angezogen. Und habe die ganze Zeit irgendwie YouTube-Videos geguckt. Oder auf Instagram. Wo war ich? Wo war ich? War ich? Ähm, genau. Aber ich wollte noch sagen, also... Ich bin heute gar nicht abgeschminkt gewesen. Und... Also schon ab... Ich habe mich schon ein bisschen abgeschminkt. Aber es ist noch voll irgendwie... Die restliche Schminke drauf. Deswegen nicht wundern. Heute ist Sonntag. Heute darf man alles. Ähm... Ja. Genau. Also, ich habe heute wirklich nicht viel gemacht. Also, ich denke mal, morgen wird der Tag halt definitiv irgendwie... Wird mehr passieren. Auf jeden Fall. Und... Ja. Deswegen... Es flackert ja schon wieder. Komisch. Jedenfalls, ähm... Sage ich einfach bis morgen. Und... Also, halt, morgen kommt ja das Video online. Dann ist das nämlich schon der zweite Tag von der Challenge. So gesagt, habe ich schon bestanden. Also, so gesagt. Also... Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe. Also, ja. Genau. Und... Dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal wieder. Bin mal gespannt, wie das morgen wird. Okay, bis dann. Ich hoffe so... Hier ausein� Lublin. Oh genau. Ich πabusse. Woche. Ich bin ganz stark bei Ihnen. Ich binately entsuer penis,